Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 4. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1053. Heute mit den folgenden Themen. Ich hätte da Twitter, dann nochmals Twitter, dann, nein, nicht nochmals Twitter, aber Apple Magic Keyboard, Spotify, Revolut und ein Siphon Spender. Genau, was haben wir bei Twitter? Da gibt es ab sofort die Unterstützung für Apple und Google Login. Wer es nicht kennt, mit Apple und Google kann man sich ja schon länger einfacher, seriöser, seriöser, genau, sicherer und auch in Anführungszeichen anonymer einloggen bei gewissen Diensten. Das geht neu jetzt, wie gesagt. Und auf der Android, aber auch auf der iOS App, um sich da einzuloggen. Wer es nutzen möchte, gerne. Ich gebe einfach bei solchen Diensten, auch wenn ich das Ganze sehr, sehr spannend finde, vor allem die Apple-Geschichte mit dem Verschleiern der Mail-Adresse etc. dahinter, zu denken, dass man dann einfach halt sehr stark abhängig ist von einem Dienst und sollte man mal irgendwie sein Google-Konto verlieren, verliert man dann auch den Zugang zu diesem Twitter jetzt als Beispiel. Muss man einfach bedenken, wenn einem das nicht stört, zuschlagen. Weitere Neuigkeiten gibt es bei Twitter und zwar seit gestern, ihr werdet es wahrscheinlich nicht vermisst haben, ist Fleets weg. Was ist Fleets? Ja, wenn ihr das nicht wisst, dann ist es nicht schlimm. Wenn schon, vielleicht doch. Wer es nicht genutzt hat, dem wird es nicht stören. Fleets ist die Story-Funktion, welche Twitter bei all den anderen geklaut hat, die es vorher schon hatten. Die hat nicht so wirklich zugeschlagen und die Leute haben es nicht genutzt. Deshalb stampft Twitter das seit gestern eben halt ein. Neuigkeiten gibt es für alle, die sich fast einen neuen iMac gekauft hätten, in Kombination mit eben der neuen Tastatur, mit dem Touch-ID-Login-Teilchen oben rechts. Ich habe ja auch damit geliebeugelt, nicht, dass ich mir hätte kaufen können, aber die Tastatur hätte ich doch irgendwie sehr gerne gehabt. Was ist jetzt? Jetzt gibt es die Tastatur, irgendwas um die 180 bis 160, also umgekehrt, 160 ohne Ziffernblock und 180 Währungseinheiten mit Ziffernblock. Wer mag, gerne bestellen. Apple nimmt eure Bestellungen auf. Nun testet Spotify wieder mal. Nicht neue Funktionen, nicht neue Möglichkeiten, sondern einen neuen Weg, um euch Geld abzuknöpfen. Es gibt ein sogenanntes Spotify Plus, was für 99 Cent obendrauf zu haben ist. Was euch die, wie hat man das auf WinFuture getitelt, die nervigsten Hürden nimmt. Was das für Hürden sind? Wenn ihr Spotify Nutzer seid, kennt ihr die wahrscheinlich. Ansonsten nachlesen. Daily.geektalk.ch Da findet ihr den Blogpost oder im Podcatcher eures Vertrauens als Link hinterlegt. Revolut ist die wahrscheinlich am schnellsten wachsende App. Nicht nur, was das Ganze mit den Nutzerzahlen belinkt und den Kunden, was sie da haben, sondern vor allem auch von den Futures her. Die ganzen neuen Features, die da mit reinkommen. Genau, jetzt haben wir das richtige Wort gefunden. Die überschlagen sich richtig gehend. Jedes Mal, wenn ich die App öffne und ich nutze sie nicht wenig, habe ich gefühlt eine komplett neue Navigation, neue Logos etc. Und jetzt gerade kam wieder ein grösseres Update. Zum einen ist ja Revolut schon länger im Bereich der Reisen stark aktiv. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, Reisen direkt in der App zu buchen. Gibt ein Cashback bis zu 10% sowie keine Buchungsgebühren. Klingt sehr spannend, wie ich finde. Und für Revolut natürlich eine Möglichkeit, um zusätzlich Geld zu verdienen. Dann kann man Geld tauschen und zwar auch Krypto-Geld ohne Kosten zwischen Freunden. Und auch sonst gibt es solche Möglichkeiten deutlich vereinfacht. Man kann Geld bei Freunden einfordern mit dem QR-Code, was auch funktioniert, wenn man offline ist und solche Geschichten. Also es klingt nach einem schönen, grossen Update, was da gerade rausgefallen ist. Und zu guter Letzt habe ich euch noch ein neues Gadget, was Amazon vorgestellt hat. Und wenn ich jetzt euch sage, ein Seifenspender für 60 Währungseinheiten, fasst sich der eine oder andere wahrscheinlich an den Kopf. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Kickstarter-Projekt mitgemacht. Bei einem Seifenspender, der mit Bewegungsmelder, wo Licht anging und automatisch Seife rausgekommen ist, da habe ich nicht so viel bezahlt. Aber das hier ist noch ein bisschen was mehr. Was kann der Seifenspender? Der hat LEDs oben drauf, die euch einen 20-Sekunden-Countdown anzeigen, so dass ihr die richtige Zeit mit dem Händewaschen verbringt. Ich glaube, damit könnte ich meine Mädels definitiv und auch viele andere ihre Kinder motivieren. Was kann der Seifenspender auch? Er gibt automatisch die richtige Menge an Seife aus und er lässt sich auch mit Alexa bedienen. Was das genau ist und wie das Ganze funktioniert, muss ich mir noch ein bisschen genauer anschauen. Ich versuche es mal mit Alexa. Gib mir Seife. Lassen wir die Alexa jetzt quatschen. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hört bitte oder hört doch gerne in die nächste Episode wieder rein. Euch einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.